Gilbert Keefe Chesterton Die Verfolgung von Mr. Blue An einem sonnigen Nachmittag bewegte sich entlang einer Seepromenade eine Person mit dem niederdrückenden Namen Muggleton in angemessener Düsterheit. Seine Stirn zeigte einen Pferdehuf aus Besorgnis, und die zahlreichen Gruppen und Grüppchen von Unterhaltungskünstlern, die sich unten entlang des Strandes hinzogen, sahen vergeblich um Applaus zu ihm empor. Piros wandten ihre bleichen Mondgesichter wie die weißen Bäuche toter Fische empor, ohne sein Gemüt aufzuheitern. Schwarze, mit vor schmutzigem Ruß vollkommen grauen Gesichtern, waren gleichermaßen erfolglos, seine Fantasie mit helleren Dingen zu erfüllen. Er war ein trauriger und enttäuschter Mann. Seine übrigen Gesichtszüge waren, abgesehen von der kahlen Stirn mit der tiefen Furche, zurückweichend und fast versunken, und eine gewisse zweifelhafte Feinheit, die von ihnen ausging, ließ den einzigen aggressiven Schmuck seines Antlitzes um so unpassender erscheinen. Das war ein hervorstechender und borstiger militärischer Schnurrbart, und er sah verdächtig nach einem falschen Schnurrbart aus. Es ist in der Tat möglich, dass es ein falscher Schnurrbart war. Es ist andererseits möglich, dass er, wo nicht falsch, so doch hervorgezwungen war. Er hätte fast in Hast aufgesprossen sein können durch einen reinen Willensakt, so sehr war er Teil eher seiner Arbeit, denn seiner Persönlichkeit. Die Wahrheit nämlich ist, dass Mr. Muggleton ein kleiner Privatdetektiv war, und die Wolke auf seiner Stirn verdankte er einem großen Patzer in seiner beruflichen Laufbahn. Auf jeden Fall stand sie mit etwas Düstererem in Verbindung als nur dem Besitz eines solchen Familiennamens. Er hätte auf obskure Weise sogar stolz auf seinen Namen sein können, denn er stammte von armen, aber ehrlichen Non-Konformisten ab, die eine gewisse Beziehung zum Gründer der Muggletonia beanspruchten, dem einzigen Mann, der bisher den Mut hatte, mit diesem Namen in der Geschichte der Menschheit aufzutreten. Der legitimere Grund seiner Verdrießlichkeit, zumindest wie er sie erklärte, war, dass er soeben der blutigen Ermordung eines weltbekannten Millionärs beigewohnt hatte und gescheitert war, sie zu verhindern, obwohl er für ein Gehalt von fünf Pfund die Woche eingestellt worden war, das zu tun. Und damit können wir die Tatsache erklären, dass selbst der sehnsuchtsvolle Gesang des Songs »Willst du nicht mein Lollipoppy« Tag sein« scheiterte, ihn mit der Freude des Lebens zu erfüllen. Was die betrifft, so gab es andere am Strand, die sehr viel mehr Sympathie für sein mörderisches Thema und die Muggletonia-Tradition aufbringen mochten. Seebäder sind ausgesuchte Tummelplätze, nicht nur für Pirots, die an die amorösen Emotionen appellieren, sondern auch für Prediger, die sich oftmals auf einen entsprechend düsteren und schwefligen Predigtstil zu spezialisieren scheinen. Es gab da einen alten Geiferer, den man kaum übersehen konnte, so durchdringend waren die Rufe, um nicht zu sagen Schreie religiöser Prophetie, die sich hoch über alle Banjos und Kastagnetten erhoben. Es war dies ein langer, formloser, schlurfender alter Mann, bekleidet mit etwas einem Fischpullover-ähnlichem, dazu aber unpassend ausgestattet mit einem Paar jener sehr langen und schlaff herabhängenden Backenbärte, die seit dem Verschwinden gewisser sportiver mitviktorianischer Dandys nicht mehr gesehen wurden. Und wie es Sitte aller Schwindler am Strand war, irgendetwas vorzuführen, als wollten sie es verkaufen, führte auch der alte Mann ein reichlich verrottetes Fischernetz vor, das er im Allgemeinen einladend über den Sand ausbreitete, als ob es ein Teppich für Königinnen sei, das er gelegentlich, aber auch wild um seinen Kopf wirbelte, mit einer fast ebenso schrecklichen Geste wie ein römischer Rhetiarius, bereit, Menschen auf seinem Dreizack zu spießen. Und er hätte Menschen wohl in der Tat aufspießen mögen, hätte er nur einen Dreizack gehabt. Seine Worte wiesen immer strikt zur Strafe, seine Hörer hörten nichts außer Bedrohungen des Leibes oder der Seele. Er befand sich so sehr in der gleichen Stimmung wie Mr. Muggleton, dass er sehr wohl hätte ein wahnsinniger Henker sein können, der sich an einen Haufen Mörder wendete. Die Jungs nannten ihn alter Schwefler. Aber neben den rein theologischen hatte er noch andere Exzentrizitäten. Eine seiner Exzentrizitäten war es, in das Nest aus Eisenträgern unter der Pier hinauf zu klettern und von dort aus sein Netz durch das Wasser zu ziehen und zu erklären, er gewönne seinen Lebensunterhalt durchs Fischen. Doch es ist zweifelhaft, ob ihn jemals jemand Fische fangen gesehen hat. Weltliche Ausflügler allerdings fuhren manchmal zusammen, ob einer Stimme in ihren Ohren, die ihnen wie aus einer Donnerwolke das Gericht androhte, in Wirklichkeit aber von der Hühnerstange unter dem Eisendach kam, auf der, wütend funkelnd, der alte Monomane saß und an dem seine fantastischen Backenbärte wie grauer Seetang herabhingen. Der Detektiv aber hätte sich mit dem alten Schwefler sehr viel eher abfinden können, als mit dem anderen Pastor, dem zu begegnen seine Bestimmung war. Um diese zweite und gewichtigere Begegnung zu erklären, muss darauf hingewiesen werden, dass Muggleton nach seiner bemerkenswerten Erfahrung in Sachen Mord prompt alle seine Karten auf den Tisch gelegt hatte. Er hatte seine Geschichte der Polizei erzählt und dem einzigen verfügbaren Vertreter von Braham Bruce, dem toten Millionär, nämlich dessen sehr adretten Sekretär, einem Mr. Anthony Taylor. Der Inspektor war mitfühlender als der Sekretär, aber die Konsequenz seines Mitgefühles war das Letzte, was Muggleton normalerweise mit einem Polizeiratschlag in Verbindung gebracht haben würde. Der Inspektor hatte nach einigem Nachdenken Mr. Muggleton dadurch zutiefst überrascht, dass er ihm riet, einen begabten Amateur zu konsultieren, von dem er wusste, dass er sich in der Stadt befand. Mr. Muggleton hatte Reportagen und Romanzen über den großen Kriminologen gelesen, der wie eine intellektuelle Spinne in seiner Bibliothek sitzt und die theoretischen Fäden seines Netzes auswirft, so weit wie die Welt. Er war darauf vorbereitet, zu dem einsamen Schloss geführt zu werden, in dem der Experte einen purpurenen Hausmantel trägt, in seine Mansarde, darinnen er von Opium und Akrostiken lebt, in das weitläufige Laboratorium oder den einsamen Turm. Zu seiner Verblüffung wurde er an den äußersten Rand des bevölkerten Strandes bei der Pia geführt, um dort einem untersetzten, kleinen Kirchenmann zu begegnen, mit breitem Hut und breitem Grinsen, der in jenem Augenblick mit einem Haufen armen Kinder in den Dünen herumsprang und aufgeregt mit einem sehr kleinen Holzspaten winkte. Nachdem der kriminologische Kirchenmann, dessen Name sich als Brown herausstellte, sich schließlich von den Kindern gelöst hatte, nicht aber von dem Spaten, schien Ermagelton immer unbefriedigender zu werden. Er hing hilflos in den idiotischen kleinen Schauboden des Strandbetriebes herum, schwatzte über Zufallsthemen und beschäftigte sich besonders angelegentlich mit jenen Reihen von Automaten, die an solchen Stellen aufgestellt sind, gab feierlich Penny um Penny aus, um jene Stellvertreterspiele in Golf, Fußball und Cricket durchzuspielen, die von Uhrwerkfiguren ausgeführt werden, und gab sich endlich mit der Miniaturdarstellung eines Rennens zufrieden, indem die eine metallene Puppe lediglich hinter der anderen herzurennen und herzuhüpfen hatte. Und dennoch lauschte er während der ganzen Zeit aufmerksam der Geschichte, die der besiegte Detektiv vor ihn hinsprudelte. Nur seine Art, die Rechte nicht wissen zu lassen, was die Linke tat mit den Pennys, ging dem Detektiv sehr auf die Nerven. »Können wir nicht irgendwo hingehen und uns setzen?« sagte Muggleton ungeduldig. »Ich habe da einen Brief, den Sie unbedingt sehen müssen, wenn Sie überhaupt etwas von diesem Geschäft verstehen wollen.« Pater Brown wandte sich mit einem Seufzer von den springenden Puppen ab, ging hin und setzte sich mit seinem Gefährten auf einen eisernen Sitz am Strand. Sein Begleiter hatte den Brief bereits entfaltet und reichte ihn ihm schweigend. Es war eine abrupte und sonderbare Art von Brief, dachte Pater Brown. Er wusste, dass Millionäre sich nicht immer auf gute Manieren spezialisieren, vor allem nicht im Umgang mit Abhängigen wie Detektiven. Doch schien es da in dem Brief noch mehr zu geben als reine Schroffheit. »Lieber Muggleton, ich habe nie geglaubt, dass es mit mir so weit heruntergehen würde, dass ich die Sorte Hilfe brauchen würde. Aber ich bin am Ende meines Lateins. Während der letzten zwei Jahre ist es immer unerträglicher geworden. Ich glaube, alles, was Sie von dieser Geschichte wissen müssen, ist dieses. Es gibt da einen schmutzigen Schurken, einen Vetter, wie ich zu meiner Schande eingestehen muss. Er hat Renntipps verkauft, war Landstreicher, Quacksalber, Schauspieler und so weiter. Er hat sogar die Unverschämtheit besessen, unter unserem Namen aufzutreten und sich Bertrand Bruce zu nennen. Ich nehme an, er hat entweder einen bedeutungslosen Job beim hiesigen Theater oder er sucht einen. Sie können mir aber glauben, dass der Job nicht sein wirklicher Job ist. Sein wirklicher Job ist es, mich zu finden und umzulegen, wenn er kann. Es ist eine alte Geschichte, die niemanden etwas angeht. Es gab eine Zeit, da wir gemeinsam starteten und uns ein Rennen in Sachen Ehrgeiz lieferten und außerdem eines in dem, was man Liebe nennt. War es mein Fehler, dass er ein Versager ist und ich ein Mann bin, dem alles gelingt? Aber der schmutzige Teufel schwört, dass er doch noch Erfolg haben werde, mich abzuknallen und durchzubrennen mit meiner ist ja egal. Ich nehme an, er ist eine Art Verrückter, aber er wird sehr bald versuchen, eine Art von Mörder zu sein. Ich werde Ihnen fünf Pfund pro Woche geben, wenn Sie mich im Sommerhaus am Ende der Pier treffen, gleich nachdem die Pier heute Abend schließt, und meinen Auftrag annehmen. Das ist der einzig sichere Platz für ein Treffen, wenn überhaupt noch was sicher ist. J. Braham Bruce Du liebe Güte, sagte Pater Brown milde, du liebe Güte, ein ziemlich hastiger Brief. Muggleton nickte und begann nach einer Pause mit seiner eigenen Geschichte, in einer eigenartig kultivierten Stimme, die im Gegensatz zu seinem unbeholfenen Äußeren stand. Dem Priester waren die geheimen Neigungen zu verborgener Kultiviertheit mancher schäbiger Menschen, der unter wie der Mittelklasse bekannt, aber selbst er war überrascht von der Erwählten, nur einen Hauch zu pedantischen Wortfolge. Der Mann redete wie ein Buch. Ich traf an dem kleinen Rundbau am Ende der Pier ein, bevor es noch irgendein Anzeichen von meinem erlauchten Klienten gab. Ich öffnete die Tür und trat ein in dem Gefühl, daß er es vorzöge, wenn ich ebenso wie er selbst so unauffällig wie nur möglich sei. Nicht, daß das eine große Rolle gespielt hätte, denn die Pier war viel zu lang, als daß jemand uns vom Strand oder der Promenade aus hätte sehen können, und als ich auf meine Uhr blickte, sagte mir die Zeit, daß der Eingang zur Pier inzwischen geschlossen worden sein mußte. Es war in gewisser Weise schmeichelhaft, wie er auf diese Art sicherstellen wollte, daß wir bei unserem Treffen allein sein würden, da dies zeigte, daß er sich wirklich auf meine Hilfe oder meinen Schutz verließ. Auf jeden Fall war es sein Einfall gewesen, daß wir uns auf der Pier nach der Schließung treffen sollten, und also war ich dazu völlig bereit. Es gab zwei Stühle in dem kleinen Rundpavillon, oder wie immer sie nennen wollen, also nahm ich mir einfach den einen und wartete. Ich brauchte nicht lange zu warten, er war berühmt für seine Pünktlichkeit, und wirklich, als ich zu dem einzigen kleinen Rundfenster mir gegenüber aufblickte, sah ich ihn langsam vorübergehen, als vollziehe er eine Vorbesichtigung des Platzes. Ich hatte bisher nur Porträts von ihm gesehen, und das vor langer Zeit, und natürlich war er sehr viel älter als auf den Porträts, aber an der Ähnlichkeit gab es keinen Zweifel. Das Profil, das an dem Fenster vorüberkam, war von jener Art, die man nach dem Adlerschnabel adlerartig nennt. Er erinnerte aber eher an einen grauen und ehrwürdigen Adler, einen Adler im Ruhestand, einen Adler, der schon vor langer Zeit seine Schwingen geschlossen hat. Es gab aber keinen Zweifel an jenem Ausdruck der Autorität oder des stillen Stolzes aus der Befehlsgewohnheit heraus, der schon immer Menschen kennzeichnete, die wie er große Systeme organisiert haben und den man gehorcht hat. Er war, soweit ich das erkennen konnte, ruhig gekleidet, besonders verglichen mit der Masse der Strandbesucher, die so viel von meinem Tag gefüllt hatten, aber ich stellte mir vor, dass sein Mantel von jener besonders eleganten Art war, die auf die Figur maßgeschneidert ist. An den Aufschlägen wies er einen Streifen von Astrakhan-Fütterung auf. Das alles nahm ich mit einem Blick wahr, denn natürlich war ich schon auf den Beinen und unterwegs zur Tür. Ich streckte die Hand aus und empfing den ersten Schock jenes entsetzlichen Abends. Die Tür war verschlossen. Jemand hatte mich eingeschlossen. Für einen Augenblick stand ich steinern und starrte weiterhin auf das runde Fenster, aus dem das sich bewegende Profil natürlich verschwunden war, und dann erblickte ich plötzlich die Erklärung. Ein anderes Profil schoß, vorgeschoben wie das eines hetzenden Hundes, in den Sichtkreis wie in einen runden Spiegel. In dem Augenblick, da ich es sah, wußte ich, wer es war. Es war der Rächer, der Mörder, oder Möchtegern-Mörder, der den alten Millionär so lange über Land und Meer verfolgt hatte und ihm nun bis in diese Sackgasse einer eisernen Pier gefolgt war, die zwischen Meer und Land liegt. Und ich wußte natürlich, dass es der Mörder war, der die Tür verschlossen hatte. Der Mann, den ich zuerst gesehen hatte, war groß, aber sein Verfolger war noch größer. Ein Eindruck, der nur dadurch vermindert wurde, dass er seine Schultern sehr hoch hinaufzog und Hals und Kopf vorwärts streckte, wie ein wahres Raubtier. Der Eindruck dieser Kombination gab ihm fast das Aussehen eines riesigen, buckligen. Aber etwas von den Blutsbanden, die diesen Schlagetod mit seinem berühmten Anverwandten verbanden, zeigte sich in den beiden Profilen, wie sie da durch den Glaskreis glitten. Auch der Verfolger hatte eine Nase wie der Schnabel eines Vogels, doch sein allgemeines Aussehen verlumpten Niedergangs deutete er den Geier als den Adler an. Er war unrasiert, fast wie ein Bärtiger, und die Buckelform seiner Schultern wurde noch durch die Wulstschlingen eines groben Wollschales verstärkt. All dieses sind Trivialitäten und können keinen Eindruck von der gemeinsamen Energie jenes Umrisses geben, noch von dem Gefühl rechenden Schicksals in jener vorwärtsgebeugten und voranstrebenden Gestalt. Haben Sie jemals William Blakes Zeichnung gesehen, die manchmal mit gewisser Leichtfertigkeit der Geist des Flohs genannt wird, aber auch mit größerer Hellsichtigkeit eine Vision von Blutschuld oder sowas ähnliches? Das ist genau so eine Nachtmahr von einem verstohlenen Giganten mit hochgezogenen Schultern, der Messer und Schale trägt. Dieser Mann trug keines davon, aber als er zum zweiten Mal am Fenster vorüberglitt, sah ich mit meinen eigenen Augen, dass er einen Revolver aus den Falten seines Schals löste und ihn fest und gezielt in seiner Hand hielt. Die Augen in seinem Kopf schweiften und schimmerten im Mondenschein und das auf eine sehr unheimliche Weise. Sie schossen in Blitzesprüngen vorwärts und zurück, fast so, als könne er sie wie Leuchtfühler hervorschießen, wie das bestimmte Reptilien tun. Dreimal kamen Verfolgter und Verfolger hintereinander an dem Fenster vorüber und durchmaßen ihren engen Kreis, ehe ich ganz zur Notwendigkeit irgendeiner noch so verzweifelten Handlung erwachte. Ich schüttelte die Tür mit ratternder Gewalt. Als ich das nächste Mal das Antlitz des ahnungslosen Opfers sah, schlug ich wie wild gegen das Fenster und dann versuchte ich, das Fenster zu zerbrechen. Aber es war ein Doppelfenster aus außergewöhnlich dickem Glas und so tief war es eingelassen, dass ich bezweifle, ob ich das äußere Fenster überhaupt hätte erreichen können. Auf jeden Fall nahm mein erlauchter Klient keine Notiz von meinem Gelärme und meinen Zeichen und diese sich drehende Schattenpantomime jener beiden Masken des Schicksals fuhr um mich herum fort und fort, bis ich mich fast ebenso schwindelig wie übel befand. Dann hörten sie plötzlich auf, wieder zu erscheinen. Ich wartete und ich wusste, dass sie nicht wiederkommen würden. Ich wusste, dass die Krise gekommen war. Mehr brauche ich ihnen nicht zu erzählen. Sie können sich den Rest sicherlich vorstellen, so wie ich da hilflos saß und versuchte, ihn mir vorzustellen. Oder versuchte, ihn mir nicht vorzustellen. Es genügt zu sagen, dass es in jenem entsetzlichen Schweigen, in dem alle Geräusche von Schritten erstorben waren, neben den murrenden Nebengeräuschen des Meeres, nur noch zwei andere Geräusche gab. Das eine war das laute Geräusch eines Schusses und das zweite das dumpfere Geräusch eines Aufplatschens. Mein Klient war wenige Meter entfernt von mir ermordet worden und ich konnte keine Zeichen geben. Ich will sie nicht mit dem Behelligen, was ich darauf empfand, aber selbst wenn ich mich auch von dem Mord erholen sollte, so bin ich doch immer noch mit dem Mysterium konfrontiert. Ja, sagte Pater Brown sehr sanft, welchem Mysterium? Dem Mysterium, wie es dem Mörder gelang zu entkommen, antwortete der andere. Im gleichen Augenblick, in dem am nächsten Morgen die Leute wieder auf die Pier gelassen wurden, wurde ich aus meinem Gefängnis befreit und raste zurück zu den Eingangspforten, um zu erkunden, wer die Pier verlassen habe, seit sie geöffnet wurde. Ohne sie mit den Einzelheiten zu belästigen, kann ich doch erklären, dass es sich aufgrund eines ungewöhnlichen Arrangements um vollgültige Eisentore handelt, die jedermann aus- oder eingesperrt halten, bis sie geöffnet werden. Die Bediensteten dort hatten niemanden zurückkommen sehen, der auch nur im Entferntesten dem Mörder ähnelte, und er war wirklich eine unverkennbare Person. Selbst wenn er sich irgendwie verkleidet haben würde, hätte er doch kaum seine ungewöhnliche Größe verbergen oder sich der Familiennase entledigen können. Es ist außerordentlich unwahrscheinlich, dass er versucht haben sollte, ans Ufer zu schwimmen, denn die See war sehr rau. Und es gibt da bestimmt keinerlei Spuren irgendeines Anlandens. Und nachdem ich das Gesicht jenes Höllenfeindes auch nur einmal gesehen hatte, geschweige denn etwa sechsmal, gibt mir irgendwas die überwältigende Überzeugung, dass er in der Stunde seines Triumphes nicht einfach irgendwie ertrunken ist. Ich verstehe durchaus, was Sie damit meinen, erwiderte Pater Brown. Außerdem passt das auch gar nicht zu dem Ton seines ursprünglichen Drohbriefes, indem er sich doch alle möglichen Gewinne aus dem Verbrechen versprach. Und es gibt da noch einen anderen Punkt, den zu verifizieren es sich lohnte. Was ist mit der Unterstruktur der Pier? Piere werden oftmals über einem ganzen Gitterwerk aus eisernen Verstrebungen errichtet, durch die ein Mann klettern könnte, wie ein Affe durch den Urwald klettert. Ja, daran habe ich auch gedacht, erwiderte der private Nachforscher, aber unglücklicherweise ist diese Pier in mehr als einer Weise ungewöhnlich gebaut. Sie ist ungewöhnlich lang und es gibt da diese Eisensäulen mit dem ganzen Gewirr aus Eisenträgern, nur stehen sie sehr weit auseinander und ich kann keinen Weg erkennen, wie ein Mann von der einen zur anderen klettern könnte. Ich habe das nur erwähnt, sagte Pater Brown nachdenklich, weil dieser sonderbare Fisch mit den langen Backenbärten, der alte Mann, der in den Dünen predigt, oft auf den am nächsten liegenden Eisenträger klettert. Ich glaube, er sitzt da und fischt, wenn die Flut kommt, und er ist ein äußerst eigenartiger Fisch, um fischen zu gehen. Wieso? Was meinen Sie damit? Nun ja, sagte Pater Brown sehr langsam und drehte an einem Knopf und starrte abwesend hinaus auf das tiefe grüne Wasser, das da im letzten Abendschein nach dem Sonnenuntergang glitzerte. Nun ja, ich habe versucht, mich mit ihm sozusagen freundlich zu unterhalten, freundlich und nicht witzig, wenn Sie verstehen, darüber, wie er die alten Werke des Fischens und des Predigens miteinander verbindet. Ich glaube, ich habe die übliche Anspielung gemacht auf den Text, der sich auf das Angeln lebender Seelen bezieht, und er antwortete sehr eigenartig und barsch, als er sich auf seine Hockstange zurückschwang, na ja, wenigstens angle ich nach toten Körpern. Guter Gott, rief der Detektiv aus und starrte ihn an. Ja, sagte der Priester, das erschien mir als eine eigenartige Bemerkung, gemacht in einem Schwätzchen gegenüber einem Fremden, der in den Nach einem weiteren starrenden Schweigen stieß sein Gefährte schließlich hervor, sie wollen doch nicht sagen, dass sie glauben, er habe irgendwas mit diesem Tod zu tun. Ich glaube, antwortete Pater Brown, er könnte einiges Licht darauf werfen. Nun, das geht über meinen Horizont, sagte der Detektiv. Es geht über meinen Horizont zu glauben, dass irgendwer da irgendein Licht drauf werfen kann. Es ist wie ein Wirbel wilden Wassers im Pech Schwarzen. Die Art von Wasser, in das er gestürzt ist. Das ist alles einfach blanke Unsinnigkeit. Ein großer Mann verschwindet wie eine Blase. Niemand könnte wirklich hören sie mal. Er hielt plötzlich inne und starrte den Priester an, der sich nicht bewegt hatte, aber immer noch an dem Knopf drehte und auf die Brecher hinaus starrte. Was meinen Sie eigentlich? Wonach schauen Sie so aus? Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie da Hand und Fuß ausmachen können. Es wäre sehr viel besser, wenn es Unsinn bliebe, sagte Pater Brown mit leiser Stimme. Nun gut, wenn Sie mich so direkt fragen, ja, ich glaube, ich kann da wohl Hand und Fuß ausmachen. Es gab ein langes Schweigen und dann sagte der Nachforschungsagent mit reichlich seltsamer Abruptheit, oh, da kommt der Sekretär des alten Mannes aus dem Hotel, ich muss los, ich glaube, ich werde mal runtergehen und mich mit ihrem verrückten Fischer unterhalten. Post Hock propter Hock, fragte der Priester mit einem Lächeln. Nun ja, sagte der andere mit ruckartiger Offenheit, der Sekretär mag mich nicht und ich glaube nicht, dass ich ihn mag. Der hat haufenweise mit Fragen rumgestochert, die uns meiner Meinung nach überhaupt nicht weiterbringen, außer auf einen Streit zu. Vielleicht ist er eifersüchtig, weil der alte Mann einen anderen reingezogen hat und mit den Ratschlägen seines eleganten Sekretärs nicht zufrieden war. Bis nachher. Und er drehte sich um und pflügte durch den Sand bis zu jener Stelle, wo der exzentrische Prediger bereit sein marines Nest erklommen hatte und in dem grünlichen Dämmer wie ein riesiger Polyp oder eine stechende Qualle aussah, die ihre giftigen Fäden durch die phosphorizierende See schleppt. In der Zwischenzeit hatte der Priester feierlich das feierliche Nahen des Sekretärs beobachtet. Selbst aus der Ferne in jener volkstümlichen Menge war er auffällig durch die büromäßige Adrettheit und Nüchternheit seines Zylinders und seines Schwalbenschwanzes. Ohne jede Neigung, sich an irgendeine Auseinandersetzung zwischen dem Sekretär und dem Nachforschungsagenten zu beteiligen, empfand Pater Brown doch eine schwache Neigung irrationaler Sympathie für die Vorurteile des Letzteren. Mr. Anthony Taylor, der Sekretär, war ein ausnehmend junger Mann in der Haltung ebenso wie in der Kleidung und die Haltung war ebenso energisch und intellektuell wie auch nur gut aussehend. Er war blass mit dunklem Haar, das ihm an den Seiten des Kopfes so herunter kam, als weise es auf mögliche Backenbärtchen. Er hielt die Lippen enger zusammengepresst als die meisten Menschen. Das einzige aber, was Pater Browns Einbildungskraft sich als Rechtfertigung sagen konnte, klang seltsamer, als es tatsächlich aussah. Er hatte die Vorstellung, dass der Mann mit seinen Nüstern rede. Irgendwie brachte das starke Zusammenpressen seines Mundes etwas abnorm Sensitives und Flexibles in jene Bewegungen an den Flanken seiner Nase, so dass er zu kommunizieren und das Leben zu dirigieren schien durch Schnüffeln und Schnobern mit erhobenem Kopf, wie das ein Hund tut. Und irgendwie passte es zu den anderen Zügen, dass, wenn er sprach, er mit solch schnarrender Schnelligkeit wie ein Maschinengewehr sprach, die bei einer so glatten und gewandten Gestalt beinahe hässlich klang. Diesmal eröffnete er das Gespräch, indem er sagte, keine Leichen angeschwemmt nehme ich an. Keine sind jedenfalls bisher bekannt gemacht worden, sagte Pater Brown. Keine riesige Leiche des Mörders mit dem Schal, sagte Mr. Taylor. Keine, sagte Pater Brown. Mr. Taylors Mund bewegte sich im Moment nicht mehr, aber seine Nüstern sprachen mit so flinker und flickernder Verachtung für ihn, dass man sie fast geschwätzig hätte nennen können. Als er nach einigen höflichen Gemeinplätzen des Priesters widersprach, war es, um kurz zu sagen, hier kommt der Inspektor, ich nehme an, sie haben England nach dem Schal durchsiebt. Inspektor Grindsteed, ein Mann mit braunem Gesicht und grauem Spitzbart, sprach Pater Brown sehr viel respektvoller an, als es der Sekretär getan hatte. Ich nehme an, sie würden gerne erfahren, Sir, sagte er, dass es absolut keine Spur von jenem Mann gibt, der als von der Pier entkommen beschrieben wurde. Oder vielmehr nicht als von der Pier entkommen beschrieben wurde, sagte Taylor. Die Pierbediensteten, die einzigen Leute, die ihn hätten beschreiben können, haben nie jemanden, den sie hätten beschreiben können, gesehen. Nun gut, sagte der Inspektor, wir haben alle Bahnhöfe angerufen und alle Straßen überwacht und es wird für ihn nahezu unmöglich sein, aus England zu entkommen. Für mich sieht es wirklich so aus, als ob er auf diesem Wege nicht hätte herauskommen können. Er scheint nirgendwo zu sein. Er ist nie irgendwo gewesen, sagte der Sekretär mit plötzlich kratzender Stimme, die klang, als löse sich an jener seltsamen Küste ein Schuss. Der Inspektor sah verständnislos aus, aber im Gesicht des Priesters leuchtete nach und nach ein Licht auf, bis er schließlich mit fast betonter Unbekümmertheit sagte, wollen Sie sagen, dass der Mann ein Mythos ist, oder vielleicht eine Lüge? Aha, sagte der Sekretär und inhalierte durch seine hochmütigen Nüstern, also haben Sie zuletzt auch daran gedacht. Ich habe daran zuerst gedacht, sagte Pater Brown. Das ist das Erste, an das jeder denken würde, wenn er von einem Fremden eine durch nichts belegte Geschichte über einen Fremden Mörder auf einer einsamen Peer hört, oder nicht? In einfachen Worten, Sie glauben, dass der kleine Muggleton nie jemanden den Millionär ermorden gehört hat. Vielleicht glauben Sie, dass der kleine Muggleton ihn selbst ermordet hat. Nun ja, sagte der Kreisekretär Muggleton sieht mir wie ein schäbiger, abgewirtschafteter Bursche aus. Es gibt nur seine Geschichte über das, was sich auf der Pier abgespielt hat, und seine Geschichte besteht aus einem Riesen, der verschwunden ist. Eine schöne Märchenerzählung. Nicht eben eine glaubwürdige Erzählung, selbst so nicht, wie er sie erzählt. Er hat seinen Fall nach seinem eigenen Zugeständnis versiebt und zugelassen, dass sein Auftraggeber wenige Meter entfernt getötet worden ist. Er ist nach seinem eigenen Bekenntnis ein ziemlich verkommener Narr und Nichtsnutz. Ja, sagte Pater Brown, ich mag eigentlich Leute, die Narren und Nichtsnutze nach ihrem eigenen Bekenntnis sind. Ich verstehe nicht, was sie meinen, schnappte der andere. Vielleicht, sagte Pater Brown versonnen, weil es so viele Narren und Nichtsnutze ganz ohne Bekenntnis gibt. Und dann fuhr er nach einer Pause fort, aber selbst wenn er ein Narr und ein Nichtsnutz ist, beweist das doch nicht, dass er ein Lügner und ein Mörder ist. Und sie haben vergessen, dass es ein Stück externer Evidenz gibt, das seine Geschichte wirklich stützt. Ich meine den Brief des Millionärs, der Solange sie nicht beweisen, dass dieses Dokument selbst eine Fälschung ist, müssen sie zugeben, dass es einige Wahrscheinlichkeit für eine Verfolgung von Bruce durch irgendjemanden gab, der ein wirkliches Motiv hatte. Oder ich sollte besser sagen, das einzige tatsächlich zugestandene und aufgezeichnete Motiv. Ich bin nicht ganz sicher, dass ich Mein lieber Freund, sagte Pater Brown erstmals von seiner Ungeduld zu einem familiären Ton angestachelt. Jedermann hat irgendwie ein Motiv. Angesichts der Art, wie Bruce sein Geld machte, angesichts der Art, wie die meisten Millionäre ihr Geld machen, hätte fast jeder auf Erden etwas so völlig Natürliches tun können, wie ihn ins Meer schmeißen. Bei vielen, so könnte man sich fast vorstellen, wäre das beinahe automatisch geschehen. Bei fast allen muss dieser Gedanke irgendwann einmal gekommen sein. Mr. Taylor hätte es tun können. Was ist los? schnappte Mr. Taylor und seine Nüstern blähten sich sichtlich. Ich hätte es tun können, fuhr Pater Brown fort. Nisime constringeret ecclesiae auctoritas. Jedermann hätte, gäbe es die einzige wahre Moral nicht, versucht sein können, eine so offensichtliche, so einfache soziale Lösung anzunehmen. Ich hätte es tun können, sie hätten es tun können, der Bürgermeister oder der Brötchenbäcker hätten es tun können. Der einzige Mensch auf dieser Erde, der es nach meiner Meinung wahrscheinlich nicht getan hat, ist der private Nachforschungsagent, den Bruce gerade für fünf Pfund die Woche eingestellt hatte und der noch keinen Pfennig seines Geldes bekommen hat. Der Sekretär schwieg eine Weile. Dann schnaubte er und sagte, wenn das das Angebot in dem Brief ist, dann sollten wir besser überprüfen, ob der eine Fälschung ist. Denn tatsächlich wissen wir nicht, ob nicht die ganze Geschichte ebenso falsch ist wie eine Fälschung. Der Bursche gibt doch selbst zu, dass das Verschwinden seines buckligen Riesen äußerst unglaubwürdig und unerklärlich ist. Ja, sagte Pater Brown, das mag ich gerade an Muggleton, er gibt Dinge zu. Dennoch, beharrte Taylor und seine Nüstern vibrierten vor Erregung, dennoch geht es doch einzig und allein darum, er kann nicht beweisen, dass dieser große Mann mit Schal jemals existiert hat oder noch existiert und jede einzelne von der Polizei und den Zeugen aufgetane Tatsache beweist, dass er nicht existiert. Nein, wie Sie diesen kleinen Taugenichts, von dem Sie so viel zu halten scheinen, rechtfertigen können. Und das ist, indem Sie seinen imaginären Mann beibringen. Und genau das ist es, was Sie nicht tun können. Übrigens, fragte der Priester abwesend, ich nehme an, Sie sind aus dem Hotel gekommen, in dem Bruce sein Zimmer hat, Mr. Taylor? Taylor sah ein bisschen bestürzt aus und schien fast zu stottern. Nun ja, er hatte immer diese Zimmer, sie sind praktisch sein Eigentum, ich habe ihn da aber tatsächlich diesmal nicht gesehen. Ich nehme an, Sie sind mit ihm im Auto hergefahren, bemerkte Brown, oder sind Sie beide mit dem Zug gekommen? Ich bin mit dem Zug gekommen und habe das Gepäck mitgebracht, sagte der Sekretär ungeduldig. Irgendwas hat ihn wohl aufgehalten. Ich habe ihn tatsächlich nicht mehr gesehen, seit er vor ein oder zwei Wochen Yorkshire allein verlassen hat. Demnach sieht es so aus, sagte der Priester sehr sanft, dass, wenn nicht Muggleton ihn als letzter vor den wilden Meereswellen gesehen hat, sie ihn als letzter auf den ebenso wilden Yorkshire Mooren gesehen haben. Taylor wurde kreidebleich, aber er zwang seine kratzende Stimme zur Stetigkeit. Ich habe niemals gesagt, dass Muggleton Bruce nicht auf der Pier gesehen hätte. Nein, und warum haben sie nicht? fragte Pater Brown. Wenn er den einen Mann auf der Pier erfunden hat, warum sollte er dann nicht beide Männer auf der Pier erfinden? Natürlich wissen wir, dass Bruce existiert hat, aber wir scheinen nicht zu wissen, was ihm in den letzten Wochen zugestoßen ist. Vielleicht hat man ihn in Yorkshire zurückgelassen. Die reichlich schrille Stimme des Sekretärs steigerte sich fast zu einem Kreischen. Sein ganzer Lack gesellschaftlicher Gewandtheit schien abgegangen. Sie weichen nur aus, sie kneifen ja nur, sie versuchen ja nur verrückte Andeutungen gegen mich an den Haaren herbeizuzerren, weil sie einfach meine Frage nicht beantworten können. Lassen Sie mal sehen, sagte Pater Brown sich erinnernd, was war doch noch Ihre Frage? Sie wissen gut genug, was sie war, und sie wissen, dass die sie verdammt in die Klemme gebracht hat. Wo ist der Mann mit dem Schal? Wer hat ihn gesehen? Wer hat je von ihm gehört oder gesprochen außer diesem ihrem kleinen Lügner? Wenn sie uns überzeugen wollen, müssen sie ihn herbeischaffen. Wenn er jemals existiert hat, dann könnte er sich auf den Hybriden verstecken oder nach Kalao geflohen sein. Aber sie müssen ihn herbeischaffen und ich weiß, dass er nicht existiert. Als sagte Pater Brown und späte und blinzelte in die näheren Wellen, die rund um die eisernen Pfeiler der Pier wuschen, wo sich die beiden Gestalten des Agenten und des alten Fischers und Predigers immer noch dunkel vor dem grünen Glühen des Wassers abhoben. Ich meine in dieser Art von Netz, das da im Meer herumtreibt. Wie verblüfft auch immer, Inspektor Grindsteed ergriff blitzschnell die Initiative und strebte zum Strand hinab. Wollen Sie sagen, schrie er, dass die Leiche des Mörders sich in dem Netz des alten Burschen befindet? Pater Brown nickte, während er den kiesigen Abhang hinabfolgte und noch, während sie sich vorwärts bewegten, wandte sich Kleinmagelten, der Agent, um und begann denselben Abhang hinaufzuklimmen, sein ganzer Verblüffung und der Entdeckung. Es ist trotz allem, was wir gesagt haben, wahr, keuchte er. Der Mörder hat versucht, ans Ufer zu schwimmen und ist bei dem Wetter natürlich ertrunken. Oder aber, er hat wirklich Selbstmord begangen. Auf jeden Fall ist der Tod ins Fischernetz vom alten Schwefler getrieben, und das hat der alte Irre gemeint, als er sagte, er angle nach toten Männern. Der Inspektor rannte das Ufer hinab, mit einer Behändigkeit, die sie alle übertraf, und wurde gehört, wie er Befehle schrie. In wenigen Augenblicken hatten die Fischer und einige Müsiggänger mit Hilfe der Polizisten das Netz eingeholt und rollten es mit seiner Last auf den nassen Sand, der im Licht des Sonnenunterganges schimmerte. Der Sekretär blickte auf das, was da im Sand lag, und die Worte erstarben ihm auf den Lippen. Denn was da auf dem Sand lag, war in der Tat der Körper eines riesigen Mannes in Lumpen, mit etwas buckligen, mächtigen Schultern und einem knorrigen Adlergesicht und ein großer, roter, zerfetzter Wollschal erstreckte sich über den Sonnenuntergangssand wie ein großer Blutfleck. Aber Taylor starrte nicht auf den blutbesodelten Schal oder die märchenhafte Gestalt, sondern auf das Gesicht, und sein eigenes Gesicht war ein Kampfplatz von Ungläubigkeit und Misstrauen. Der Inspektor wandte sich Muggleton sofort mit einer neuen Miene der Höflichkeit zu. Das bestätigt allerdings ihre Geschichte, sagte er, und bis er den Tonfall dieser Worte vernahm, hatte Muggleton niemals geahnt, dass seine Geschichte fast überall nicht geglaubt worden war. Niemand hatte ihm geglaubt, niemand außer Pater Brown. Deshalb machte er, als er sah, dass Pater Brown sich von der Gruppe davon stahl, eine Bewegung, um in seiner Gesellschaft zu verschwinden, aber sogar da ließ ihn die Entdeckung fast stocken, dass der Priester erneut von der tödlichen Anziehungskraft der spaßigen kleinen Automaten fortgezogen wurde. Er sah sogar den ehrwürdigen Herrn nach einem Penny fummeln. Er hielt jedoch mit der Münze zwischen Zeigefinger und Daumen inne, als der Sekretär zum letzten Mal mit seiner lauten, misstönenden Stimme sprach. Und ich nehme an, wir können hinzufügen, sagte er, dass diese monströsen und dämlichen Vorwürfe gegen mich ebenfalls erledigt sind. Mein lieber Herr, sagte der Priester, ich habe niemals Vorwürfe gegen sie erhoben. Ich bin kein solcher Narr anzunehmen, dass sie zuerst ihren Arbeitgeber in Yorkshire ermordeten und dann herkamen, um wie ein Narr mit seinem Gepäck herum zu machen. Alles, was ich gesagt habe, war, dass ich einen viel besseren Fall gegen sie aufbauen könnte, als sie das so energisch gegen den armen Mr. Muggleton taten. Dennoch kann ich ihnen, wenn sie wirklich die Wahrheit über diese Angelegenheit erfahren wollen, und ich versichere ihnen, dass die Wahrheit keineswegs schon allgemein erfasst wird, einen Hinweis sogar aus ihren eigenen Angelegenheiten geben. Es ist eine reichlich komische und bedeutungsvolle Sache, dass Mr. Bruce, der Millionär, an keinem seiner üblichen Aufenthaltsorte seit Wochen gesehen wurde, bevor er wirklich getötet wurde. Und da sie ein vielversprechender Amateur-Detektiv zu sein scheinen, rate ich ihnen, in dieser Richtung zu arbeiten. Was meinen Sie damit? fragte Taylor scharf. Aber er bekam keine Antwort von Pater Brown, der sich aufs Neue vollständig darauf konzentrierte, den Handgriff der kleinen Maschine zu führen, der zuerst eine Puppe herausspringen und dann eine andere hinterher springen machte. Pater Brown, sagte Muggleton, dessen alter Ärger schwach wieder auflebte, würden sie mir wohl sagen, warum sie dieses dämliche Ding so sehr lieben? Aus einem einzigen Grunde, erwiderte der Priester und spähte aufmerksam in den Glaskasten der Puppenschau, weil er das Geheimnis dieser Tragödie enthält. Dann richtete er sich plötzlich auf und sah seinen Gefährten ernsthaft an. »Ich habe »Ich habe die ganze Zeit über gewußt«, sagte er, »dass sie die Wahrheit erzählten und das Gegenteil der Wahrheit. Muggleton konnte, ob der Wiederkehr all der Rätsel nur erstaunt starren. Es ist ganz einfach«, fügte der Priester hinzu und senkte seine Stimme, »die Leiche da drüben mit dem blutroten Schal ist die Leiche von Brayham Bruce, dem Millionär, und es wird keine andere geben. Aber »die beiden Männer«, begann Muggleton, und dann blieb ihm der Mund offen stehen. Ihre Beschreibung der beiden Männer war bewundernswürdig lebhaft, sagte Pater Brown. Ich versichere Ihnen, ich werde sie bestimmt so schnell nicht vergessen. Sie haben, wenn ich so sagen darf, literarische Talente. Vielleicht würde Ihnen der Journalismus mehr Spielraum geben, als das Detektiv sein. Ich glaube, ich erinnere mich an praktisch jede Einzelheit einer jeden Person. Nur hat mich, wissen Sie, jeder Punkt sonderbarerweise genau entgegengesetzt angesprochen wie Sie. Beginnen wir mit dem Ersten, den Sie erwähnten. Sie sagten, dass der erste Mann, den Sie gesehen haben, einen unbeschreiblichen Ausdruck von Autorität und Würde zeigte. Und da sagten Sie zu sich selbst, das ist der Trustmagnat, der große Kaufmannskönig, der Beherrscher der Märkte. Als aber ich von diesem Ausdruck der Würde und der Autorität hörte, sagte ich zu mir selbst, das ist der Schauspieler, alles an ihm ist Schauspieler. Einen solchen Ausdruck bekommen Sie nicht, wenn Sie Präsident der Chain Store Amalgamation Company sind. Diesen Ausdruck bekommen Sie, wenn Sie der Geist von Hamlets Vater sind oder Julius Cäsar oder King Lear und Sie werden ihn nie wieder ganz verlieren. Sie konnten von seiner Kleidung nicht genug sehen, um sagen zu können, ob sie wirklich abgerissen war, aber Sie haben einen Streifen Pelz gesehen und einen einigermaßen modischen Schnitt erkannt und wieder sagte ich zu mir der Schauspieler. Als nächstes und bevor wir in die Einzelheiten des anderen Mannes gehen, bemerkten Sie das andere Ding an ihm, das sich augenscheinlich an dem ersten Mann nicht befand. Sie haben gesagt, der zweite Mann sei nicht nur zerlummt gewesen, sondern auch unrasiert, fast wie ein Bärtiger. Nun haben wir alle abgerissene Schauspieler gesehen, schmutzige Schauspieler, betrunkene Schauspieler, aufs übelste beläumdete Schauspieler. Aber ein stoppelbärtiger Schauspieler mit Job oder gar auf der Suche nach einem ist etwas, was man auf dieser Erde kaum je erblickt hat. Andererseits ist das Rasieren fast immer das Erste, was ein Herr oder ein wohlhabender Exzentriker aufgibt, der sich wirklich aufgibt. Nun haben wir allen Grund anzunehmen, dass unser Freund, der Millionär, sich wirklich aufgegeben hat. Sein Brief war der Brief eines Mannes, der sich schon aufgegeben hatte. Aber es war nicht nur Vernachlässigung, die ihn armselig und schäbig aussehen ließ. Begreifen Sie denn nicht, dass der Mann sich praktisch verkroch? Deshalb ist er nicht in sein Hotel gegangen und deshalb hat ihn sein eigener Sekretär seit Wochen nicht mehr gesehen. Er war ein Millionär, aber sein einziges Ziel war es, ein vollkommen verkleideter Millionär zu sein. Haben Sie je die Frau die Frau in Weiß gelesen? Erinnern Sie sich nicht daran, dass der modische und luxusliebende Graf Fosco, der vor einer Geheimgesellschaft um sein Leben floh, in der blauen Bluse eines einfachen französischen Arbeiters erstochen aufgefunden wurde? Kommen wir nun für einen Augenblick auf das Benehmen dieser beiden Männer zurück. Sie sahen den ersten Mann ruhig und gesammelt und sagten zu sich, das ist das unschuldige Opfer, obwohl der Brief des unschuldigen Opfers alles andere als ruhig und gesammelt war, und ich sagte zu mir, das ist der Mörder. Warum sollte der auch etwas anderes als ruhig und gesammelt sein? Er wusste, was er zu tun vorhatte. Er hatte sich schon vor langer Zeit entschlossen, es zu tun. Wenn er jemals einen Anflug von Zögern oder von Reue gehabt hat, so hatte er sich dagegen schon verhärtet, ehe er die Szene betrat, oder, wie wir in diesem Fall sagen könnten, die Bühne. Es war nicht anzunehmen, dass er besonderes Lampenfieber haben würde. Er zog seine Pistole nicht hervor und wedelte nicht damit umher. Warum hätte er sollen? Er behielt sie in der Tasche, bis er sie brauchte. Sehr wahrscheinlich schoss er durch die Tasche. Der andere Mann fummelte mit seiner Pistole herum, weil er so nervös wie eine Katze war und sehr wahrscheinlich niemals zuvor eine Pistole gehabt hat. Er tat das aus dem selben Grund, aus dem er mit den Augen rollte, und ich erinnere mich daran, dass selbst in ihrer unbewussten Zeugenaussage ausdrücklich festgehalten wird, dass er sie rückwärts rollte. Tatsächlich blickte er hinter sich. Tatsächlich war er nicht der Verfolger, sondern der Verfolgte. Aber weil sie zufällig den ersten Mann zuerst gesehen haben, konnten sie nicht anders als annehmen, der andere Mann komme hinter ihm her. Nach der reinen Mathematik und der reinen Mechanik rannte jeder von ihnen hinter dem anderen her, genau wie die anderen. Welche anderen? erkundigte sich der verwirrte Detektiv. Was denn? Diese hier, schrie Pater Brown und schlug mit dem kleinen hölzernen Spaten, der während dieser ganzen mörderischen Mysterien so unpassend in seiner Hand verblieben war, auf die Maschine. Diese kleinen Uhrwerkpuppen, die einander auf ewig herumjagen. Wir wollen sie nach den Farben ihrer Jacken Mr. Blue und Mr. Red nennen. Ich hatte zufällig mit Mr. Blue angefangen und also sagten die Kinder, Mr. Red renne hinter mir her. Es würde aber genau andersherum ausgesehen haben, wenn ich mit Mr. Red begonnen hätte. Ja, ich fange an zu verstehen, sagte Muggleton, und ich richtet sich natürlich nach beiden Seiten und sie haben den Mörder Dipir nicht verlassen sehen. Sie haben niemals nach dem Mörder gesucht, der Dipir verließ, sagte der andere, niemand hat ihnen gesagt, nach einem ruhigen, sauber rasierten Herren mit Astrakhan-Mantel Ausschau zu halten. Das ganze Geheimnis seines Verschwindens hing an ihrer Beschreibung eines mächtigen Kerls mit rotem Halsschal. Die einfache Wahrheit aber war, dass der Schauspieler im Astrakhan-Mantel den Millionär in den roten Lumpen ermordete und da liegt die Leiche des armen Kerls. Es ist wie mit der roten und der blauen Puppe und nur weil sie den einen zuerst sahen rieten sie falsch was rot vor Rache war und was blau vor Angst. An diesem Punkt begannen zwei oder drei Kinder über die Dünen zu krabbeln und der Priester winkte ihnen mit dem hölzernen Spaten zu und pochte dabei theatralisch auf den Automaten. Muggleton erriet, dass das hauptsächlich geschah, um sie davon abzuhalten, zu dem entsetzlichen Haufen auf dem Strand zu strolchen. Noch ein einziger Penny übrig in der Welt, sagte Pater Brown, und dann müssen wir zum Tee nach Hause. Weißt du, Doris, ich mag diese Spiel. Schließlich hat Gott all die Sonnen und Sterne gemacht, damit sie Maulbeerbaum spielen. Aber all diese anderen Spiele, bei denen einer den anderen einholen muss, bei denen die Läufer Rivalen sind und Kopf an Kopf rennen und sich einander ausstechen wollen, naja, es scheint, als ob sich noch viel üblere Dinge ereigneten. Ich mag es mir vorzustellen, wie Mr. Red und Mr. Blue stets mit ungedämpften Spaß springen, beide frei und gleich und keiner tut jedem anderen weh. Zärtlicher Liebhaber, niemals, niemals wirst du küssen oder töten. Glücklicher, glücklicher Mr. Red. Er kann sich nicht verwandeln und obwohl du dein Glück nicht hast, wirst du auf ewig springen und er wird Blue sein. Und nachdem er dieses bemerkenswerte Zitat von Kiez mit einigem Gefühl vorgetragen hatte, schob sich Pater Brown den kleinen Spaten unter den einen Arm, gab zweien von den Kindern die Hand und stapfte mit mit ihnen feierlich das Ufer hinan Tee werts.